Sir Hudson Lowe, GCMG KCB war ein britischer General, er war während Napoleons Gefangenschaft auf St. Helena Gouverneur der Insel, wegen der ihm von der britischen Regierung zur Pflicht gemachten Strenge, mit der er bei der Bewachung Napoleons verfuhr und jeden Fluchtversuch unmöglich machte, ist Lowe, wenigstens teilweise ohne eigene Schuld, der Gegenstand vielfältiger Anfeindungen und Verdächtigungen geworden, die ihm eine traurige Berühmtheit verschafft haben. Leben, Hudson Lowe war der Sohn eines britischen Armechirurgen und einer Irin. Er verbrachte seine Kindheit in verschiedenen Garnisonsstätten und erhielt vor seinem zwölften Lebensjahr eine Stelle als Fähnrich in der E-Steven-Miliz. 1785 trat er in das Regiment seines Vaters, das 50. Linien-Infanterie-Regiment ein, das zu dieser Zeit auf Gibraltar stationiert war. Er nahm als Leutnant an der Expedition gegen Toulon teil und diente darauf in Portugal, auf Menorca, in Ägypten und Malta. Nach dem erneuten Ausbruch des Krieges mit Frankreich 1803 avancierte er zum Major, 1804 zum Oberstleutnant und Kommandeur der von ihm aufgestellten kursischen Jäger, mit denen er schon in Ägypten gewesen war. Danach diente er in Neapel unter Sir James Craig, verteidigte 1808 die Insel Capri gegen die übermächtigen Moratisten und erhielt. Als er schließlich kapitulieren musste, freien Abzug nach Sizilien für seine Truppen mit Waffen und Gepäck. Später war er mit den Corsican Rangers an der Einnahme von Zakynthos und Kephalonia beteiligt und diente einige Monate als Gouverneur von Kephalonia und Ithaka. Später von Santa Maurer. 1812 kehrte er nach Großbritannien zurück, avancierte zum Obersten, wurde 1813 britischer Verbindungsoffizier im Hauptquartier Blüchers. Dem er 1814 nach Frankreich folgte. In den Feldzügen von 1813-14 war er an 13 wichtigen Schlachten beteiligt und wurde im April 1814 auserwählt, die Nachricht von Napoleons erster Abdankung nach London zu bringen. Er wurde zum Ritter geschlagen und zum Generalmajor ernannt. Außerdem erhielt er zahlreiche preußische und russische Auszeichnungen. Im Begriff als Generalquartiermeister am Feldzug in Belgien teilzunehmen, erhielt Loders Angebot, Oberbefehlshaber der Truppen in Genua zu werden. Auf dem Weg dorthin erreichte ihn am 1. August 1815 in Südfrankreich die Ernennung zum Gouverneur von St. Helena und Gefangenenwerter Napoleons, der sich am 15. Juli freiwillig an Bord des britischen Linienschiffes HMS Bellarophon begeben hatte. Sir Hudson-Low traf am 14. April 1816 mit seiner Familie und mehreren Dienern und Sekretärin auf St. Helena ein und trat am folgenden Tag offiziell sein Amt an. Lod ging sofort daran, die Sicherheitsvorkehrungen für seinen Gefangenen zu verschärfen. Er erhöhte die Zahl der Wachsoldaten, ließ das Grundstück um Longwood House, Napoleons Residenz, mit Maschendraht einzäunen und nachts mit Posten umstellen. Ein Offizier musste sich zweimal täglich mit eigenen Augen von Napoleons Anwesenheit überzeugen und jeder Schriftverkehr musste zuvor in Plantation, Haus, der Residenz des Gouverneurs, vorgelegt werden. Das Verhältnis zwischen den beiden Kontrahenten Napoleon und Lowe war durch Imponiergehabe und Taktlosigkeiten auf beiden Seiten vom ersten Tag an gespannt. Sie verstanden einander nicht. Napoleon, der sehr unter dem Klima, der Eintönigkeit der Tage und der Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit litt, beantwortete die zaghaften Versuche Louis, ihm das Leben erträglicher zu machen, mit absichtlichen Brüskierungen und gezielten Provokationen. Lowe reagierte, besonders nachdem im Oktober 1816 zusätzlich Gerüchte laut wurden, die eine bevorstehende Befreiungsaktion möglich erscheinen ließen, mit immer strengeren, zum Teil absurden Sicherheitsvorkehrungen, bis Napoleon schließlich das Haus kaum noch verließ. Auch ließ der Gouverneur einige Personen aus Napoleons engster Umgebung, darunter den Leipatz des Kaisers Barry O'Aura und den Grafen de las Cases und dessen Sohn, von der Insel entfernen. Beide veröffentlichten später Schriften, in denen sie Napoleons Behandlung durch Lowe verurteilten. Las Cases Memorial de Saint-Helene erschien 1823, wurde ein Bestseller und beschädigte Lowe's Ansehen in der britischen Öffentlichkeit nachhaltig. Am 20. August 1816 trafen Lowe und sein Gefangener im Garten des britischen Admirals Söhrpulte Neymelkund zum letzten Mal zusammen. Von da an fand jeder Kontakt nur noch über Dritte statt. Nach Napoleons Tod kehrte Lowe nach Großbritannien zurück und erhielt den Dank Georg C. V. Am 22. Oktober 1822 wurde Lowe von Emmanuel de las Cases, dem Sohn des Grafen de las Cases, auf öffentlicher Straße beleidigt und zum Zweikampf herausgefordert, lehnte das Duell aber ab. 1823 wurde er Gouverneur der Bermudas und 1825 Oberbefehlshaber der britischen Truppen auf Ceylon, wurde aber nicht zum Gouverneur ernannt. Als der Posten nach der Abberufung von Lieutenant General Sir Edward Beiney vakant wurde, Lowe wurde 1830 zum Generalleutnant befördert und 1842 Inhaber seines alten Regiments des 50. Linieninfanterie-Regiments. Er starb am 10. Januar 1844 in Chelsea. Würdigung, General Sir Hudson Lowe war ein tapferer, hochdekorierter und für seine Zeit ungewöhnlich gebildeter Soldat. Er sprach fließend italienisch und französisch und war als Kommandeur eines unter britischer Fahne kämpfenden korsischen Verbandes mit der Mentalität der Korsen vertraut. Sowohl Blücher als auch Gneissenau lobten seine Tapferkeit und sein Urteilsvermögen. Als britischer Verbindungsoffizier in Blüchers Hauptquartier war er im Umgang mit hochgestellten Offizieren und Staatsmännern, darunter auch der russische Zar Alexander I., erprobt. Diese Eigenschaften ließen ihn als Wächter eines exilierten Kaisers geeignet erscheinen. Aber seine Wahl zum Kerkermeister Napoleons war nicht unumstritten. Viele, darunter auch Arthur Wellesley I., Duke of Wellington, hielten ihn für eine schlechte Wahl, denn er galt als pflichtbewusst und gewissenhaft, aber phantasielos. Er hatte den vielfachen türkischen Anfechtungen seines Kontrahenten, der ihn als ehemaligen Befehlshaber korsischer Deserteure von vornherein ablehnte, intellektuell nichts entgegenzusetzen. Nur erfüllte seinen Auftrag unter dem Druck seiner Anweisungen und der schweren Verantwortung, die auf ihm lastete. Mit übermäßigem Ernst und kleinlicher Pedanterie, so entstand das noch heute vorherrschende Bild eines engstirnigen, misstrauischen Beamten, der von der ständigen Angst beherrscht. Napoleon könne ein zweites Mal entweichen, sich sklavisch an seine Vorschriften hielt und seinem prominenten Gefangenen durch kleinliche und schikanöse Vorschriften das Leben zur Hölle machte, andererseits darf er dabei nicht übersehen werden, dass Lohes Dienstzeit aufsankt. Helena nur sechs von ca. 40 Jahren im Dienst der britischen Armee ausmachte. Zitate Napoleon selbst, der Loh als Idioten und schäbigen italienischen Spirren bezeichnet hatte, dessen Blick den Kaffee vergiftet, beschrieb das Verhältnis der beiden so. Wir sind nicht von derselben Art, wir können einander nicht verstehen, unsere Gefühle sprechen nicht dieselbe Sprache. Punkt. Ich habe Tartaren, Kosaken und Kalmücken gesehen, aber niemals so ein finsteres und abstoßendes Gesicht. Veröffentlichungen Hudson Los Memorial Relativ à la Captivité de Napoleon A.S.T.E. Helene